Wir sind in die Champagne gefahren, um hier direkt vor Ort unser neues Herzensprojekt umzusetzen. Den Champagner-Videokurs. Was hat es mit dem Videokurs auf sich? Wir werden euch bombardieren mit ganz viel Wissen über die Champagne, über die Böden, über das Klima, über die unterschiedlichen Rebsorten. Wie entsteht überhaupt Champagner? Wir schauen uns die Geschichte an. Wir gucken uns an, wie unterscheidet sich denn Champagner von den anderen großen Schaumweinen dieser Welt. Also das ist so der eine Part und dann haben wir das Ganze aufgeteilt in drei Stücke. Und zu jedem Videoteil wird es dann auch immer noch drei Champagner geben. Und diese drei Champagner, die verkosten wir mit euch. Bei der Verkostung geht es darum zu sagen, mehr als schmeckt oder schmeckt nicht. Wir gucken uns Aromen an. Wie kommen die Aromen in den Champagner? Säure, Perlage und, und, und. Es wird unglaublich spannend und wir freuen uns riesig drauf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ei. Oh nein.